Ein sehr häufiges Thema ist die Umwandlung von Datumswerten in ein bestimmtes Format. Dazu möchte ich in diesem Video näher darauf eingehen. Anhand eines Beispiels hier Tag, Monat, Jahr sehen wir uns das an. Dieser SQL-Ausdruck wird uns einen Datumswert in das Format Tag, Monat, Jahr umwandeln. Wie kann ich diesen Ausdruck näher aufschlüsseln? Beginnen wir so. Zuerst verwenden wir die Funktion GateDate. Mit dieser Funktion erhalten wir das aktuelle Datum. Anschließend verwende ich den SQL-Befehl Convert. Dieser ermöglicht mir, einen Datumswert in ein beliebiges Format umwandeln zu können. Dazu ist es notwendig, dass ich im ersten Parameter den VARCHAR-Datentyp angebe. Das bedeutet, ich wandle einen Datumswert in einen Zeichenwert. Zu guter Letzt muss ich noch bestimmen, wie dieses Format aussehen soll. Hierzu verwende ich die Nummer 112. Diese steht für die Darstellung Tag, Monat und Jahr. Es gibt dazu mehrere verschiedene Formate. Diese habe ich nun unter meinem Video verlinkt. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.